Wir machen weiter mit einer Stunde Fun mit Luis und Mike von Uppercut.Continue. Hi, wir sind Uppercut.Continue und wir bestören deinen Club. Wenn ihr keine Gun-Turrets braucht auf eurem Gundams, dann habt ihr doch diese Dinger, wo ganz viele Raketen rauskommen. Und wie nennt man diese Dinger? Die haben doch bestimmt irgendeinen Namen. So Raketen-Rain oder Rocket-Rain. I bring the pain. Hardcore for your brain. Das war ein kurzer Ausflug in mein Nerd-Brain. Mein Nerd-Tum. Immer da.